Willkommen zurück. Ich bin hier in diesem komischen Ort gelandet. Oh, was macht er denn? Voll am rumschleichen? Aber bevor ich hier alle ausquetsche, gucke ich erstmal, dass ich die eine Quest jetzt mal abgib. Einmal Republikaner, immer Republikaner. Weil, jetzt kann ich ja hier gehen und kommen, wann ich möchte. Lauter Eulen, aber hier ist der Ort noch nicht drauf. Oh, da ist ja die Air Force Base. Ach, da ist die Base hier. Gut. Also, jetzt erstmal zu der Hütte und die Wette einlösen. Kann sein, dass ich hier verkrüppelt bin, weil irgendwie bin ich lahm. Ach, deswegen, der Boone auch. Komm, Boone, wir legen uns mal hin. Ruhig mal zweifeln. Nee. Ah. Mittellin geht nicht, doch. So, alle wieder ab, bitte. Na, der war das. Jesus, Maria und Josef, sie sind der Erste, der Leben durchgekommen ist und den Rückweg haben sie auch geschafft. Ich glaube, sie wollten mein Geld verdoppeln. Ja, hier haben sie ihre Kronkorken. Tut mir leid, mein... Ich denke mal, bei dem anderen wäre ich ja böse gewesen, das wollte ich nicht. Mal, PC schwack wieder. Seltsam, das macht er so in den letzten paar Parts. Paar Parts. So, ich dachte schon, der ist mit dem Kopp im Feuer. Aber den war nicht so. So. Hier waren dann gerade irgendwo die Riesenvieh hier, ne? Hm. Bin ich wohl umgangen. Zum Glück. Gucken, was hier oben ist. Na, dachte ich's mir doch. Wow, 50 Orte. Gibt das jetzt einen Bonus? Nö. All time. Nicht. Aber irgendwie auch keiner da. Egal. Wird geschockt. Weil er auch nix rot ist. Damit er mich viel zu wenig beschäftigt. Und ansonsten... Ich glaube, dann war es hier. Wird ihn nie abschließen. Gibt auch EP, wenn ich knack. Ah, fast da. Na, ich glaube, der Übergabeort ist mitten im Nichts. Der hat ein roter Punkt. Der hat ein roter Punkt. Na, da hinten. Das haben wir gleich. Ach so, so ein Goldgecko. Wo liegt das Problem? Wo liegt das Problem? Ja, du. Du hast daneben geballert. Da gut geschwächt hat er denn schon. Ah, da ist er. Unsere Kontaktperson. Sind Sie von den Van Graafs gesandt worden? Bin ich. Haben Sie das, worum wir Sie gebeten hatten? Habe ich. Wer ist wir? Uns wurde gesagt, dass es keine Fragen geben würde. Haben Sie nun das, worum wir Sie gebeten hatten oder nicht? Ich habe es hier. Ah, dann ist unser Geschäft abgeschlossen. Sagen Sie Ihren Vorgesetzten, dass ich Sie bald kontaktieren werde. Gloria berichten. Ja, direkt mal machen. Äh, ja. Wo ist es näher? Ich versuche mal hier. Oh, ich könnte wenden, da waren hier alles. Die Wilde bestimmt noch mehr. Ich meine, wäre auch langweilig, wenn er nur der Einzige wäre. Verkackten Botengang. Dein Arsch gehört nicht. Ach, da. Wohl verschwunden. Geplatzt ist der Mario auf mich zu schieben. Oh, unbedingt mal ein paar schöne Waffen. Kann ich da jetzt eigentlich mit Waffen rein beschimmen? Ich arbeite doch für die. Willkommen zurück. Haben Sie Neuigkeiten für mich oder kommen Sie nur wegen der Waffen vorbei? Ich habe das Paket wie gewünscht ausgeliefert. Und? Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Wie haben Sie reagiert? Er meinte, Sie würden bald von ihm hören. Gut, gut. Hier ist Ihre Bezahlung. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss noch ein paar Dinge durchdenken. Oh, John Baptiste erwähnte da eine Sache, bei der er Hilfe braucht. Ich sagte, Sie stünden zur Verfügung. Gehen Sie zu ihm, um Einzelheiten zu erfahren. Ja, und wo ist John Baptiste? Gibt's irgendein Problem? Nein. Ah, da ist er bestimmt nicht. Nein, hier sind ja nur Toiletten. Oh, da geht's hier noch hoch. Ne, das wäre böse. Für ein Scheiß, ey. Hier soll ich wieder reingehen und da drin zeigt er mich irgendwo hin. Könnte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Was halten Sie von Mr. House? Sehr wenig, wie jeder hier. Wir haben anfangs versucht, mit ihm ins Geschäft zu kommen, aber ohne Erfolg. Er muss eigene Waffenlieferanten haben, um so viele laserbewaffnete Roboter zu unterhalten, wie er es tut. Wobei ich mich frage, wo die sind. Ich muss mich auf den Weg machen. Tschüss. Tschüss. Wo ist Baptiste? Moment, hat der Haufen hier nicht noch was? Ah, immerhin. Wir behalten Sie im Auge. Und zwar genau. Aber langsam geht mir da um den Sack. Ach so, zwei Trefferpunkte gibt das. Wow. Dann kann der Ops mir helfen. Wir kommen im Silver Rush. Der Besten. Ach, nur ein Schatz. Hereinspaziert. Der Baptiste. Wo ist er? Ja, im Silver Rush. Da dachte ich mir schon. Oder? Hup. Ja, schon nicht schlecht, jetzt bin ich hier oben. Aber auch keine Tür. Die ist verbarrikadiert. Nö. Na. Hallo. Na, da ist der. Wo war der denn gerade? Ah, nach ihnen habe ich gesucht. Ihr Name ist vor kurzem in einem Gespräch gefallen. Meine Schwester ist bisher sehr beeindruckt von Ihnen. Ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass Sie das Zeug dazu haben, für diese Familie zu arbeiten. Aber Sie haben Glück. Ich gebe Ihnen eine Chance, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Was sagen Sie? Lust, eine Menge Geld zu verdienen? Absolut. Wer ist dieses Mädchen? Ihr Name ist Rose of Sharon Cassidy. Unglaublich, oder? Keine Ahnung, was Ihre Mutter sich bei diesem Namen gedacht hat. Aber ich muss mich mit diesem Mädchen unterhalten. Finden Sie sie. Und bringen Sie sie hierher, damit ich unter vier Augen mit ihr reden kann. Ja, da muss ich leider passen. Oder, wenn ich sie treffe, werde ich sie informieren. Finden Sie sie. Und bringen Sie sie hierher, damit wir uns unterhalten können. Natürlich springt dabei eine dicke Prämie für Sie raus. Äh, ja. Gut, mache ich hier mal einen Cut. Und dann gehen wir gleich mal zu Cassidy. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.